Die Pads dienen als Auflagepunkte für die Unterkonstruktion der Terrasse. Sie eignen sich als konstruktiver Holzschutz und verlängern dadurch die Lebensdauer der Terrasse. Sie schaffen einen Abstand zwischen Fundament und Unterkonstruktion und verhindern dadurch Staunässe und vorzeitiges Verrotten des Holzes. Auch einsetzbar als Unterlage im Haushalt, zum Beispiel bei Waschmaschinen. Untertitelung des ZDF, 2020